Machen alle mit. Ihr seid also der Meinung, dass die Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall. Jetzt sind wir viel zu aufgeklärt. Spürt ihr das? Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. Wir feiern heute eine kleine Strandbarte. Kommst du mit? Wir? Wir machen Zweidermitglieder. Das ist unser Zeichen. Wie eine Welle werden wir die ganze Stadt überrollen. Was hast du eigentlich gegen die Welle? Mensch, Marco, mach doch mal die Augen auf. Die Welle entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. Was macht sie da? Herr Kohler, glauben Sie mir. Sie sollten mal sehen, wie die Schüler aus sich rauskommen. Die sind wirklich hochmotiviert. Wie kommt denn dazu, unser Zeichen zu ersprühen? Keine Ahnung, wovon du redest, du Striche. Renn nun dein Leben oder ich blauze dir deinen Hirn weg. Nimm die Pistole runter. Tim. Du hast die ganze Sache nicht mehr unter Kontrolle. Überhaupt nicht mehr. Frau Wenger, Sie können ja jetzt nicht weinen. Sag mal, spinnst du? Frau Wenger, es geht nicht. Stopp die Wange! Stopp die Wange! Stopp die Wange! Du genießt es, wie sie dich vergöttern. In deinen Unterricht strömen dir an den Lippen hängen. Der will euch alle manipulieren. Du musst es abbrechen. Sofort! Sag du mir nicht, was ich machen soll, okay? Take me to the place where we used to go. I know that you know where I wanna go. Take me to the place where we used to go. I know that you know where I wanna go, where I wanna go, yeah! I know that you know where I wanna go. Untertitelung des ZDF für funk, 2017